So, da bin ich wieder zurück zu meinem Let's Play The Binding of Isaac Rebirth mit dem DLC Afterbirth und wir machen einen weiteren Run. Wir haben jetzt so eine Pfeil, das ist echt interessant. Wir machen einen neuen Run und wir nehmen Madeleine mal wieder. Wir können ja auch mal jemand anders nehmen. Ich möchte eigentlich nicht. Ne, ich möchte bei Madeleine bleiben. Was ist das denn? Das sieht aus wie zwei gruselige Augen, die mich beobachten. Okay, dann gehen wir erstmal in diesen Raum und entdecken, dass hier wieder Zombies sind. Und fliegen. So. Hilfe, Hilfe. Eine Bombe, okay. Eine Bombe. Ein Herz, okay. Ich brauche einen Schlüssel. Noch ein Herz, okay. Okay. So, da gibt's hier. Noch eine Bombe. Jetzt könnte ich raten, ob hier ein Geheimgang ist. Hier ist er nicht. Zurzeit rate ich echt gerade schlecht mit dem Geheimgang, also ich weiß auch nicht. Könnte er vielleicht hier sein? Nein, auch nicht. Okay, dann habe ich keine Ahnung wo. Wir müssen uns eh noch ein bisschen weiter vor. Na, 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 na. Was noch eine? So. Jetzt nehme ich ihn mit. Space Gold. Der zieht jetzt die Angriffe der Gegner auf sich. Stecke ich dich mal da rein. Ein goldener Schlüssel habe ich gekriegt. Das bringt mir aber im ersten Level halt nicht viel. Der goldene Schlüssel. Aber gut. Und auf zum Boss. Wer ist es? Famine. Was? Famine gleich? Als erster Boss. Nehmen wir mal einen Tasten im Schrank, ey. Ich bin, ich bin, ich bin. Und dann, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin. Na, na? Gott, they're gonna like it. Ah, okay. Dann holen wir uns mal noch die Herzen, die da überall noch rumflacken. Ding, ding, ding. So. Dann können wir jetzt die Welt verlassen. Also, ne? Oder die Etage sozusagen. Wie auch immer, vollkommen egal. Ab in die nächste Etage. So, ja, kennen wir auch schon. Ball an den Kopf geschmissen. Ha, 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 ja, gut. Basement 2. Einen Schlüssel. So zieht der die Gegner auf sich. Finde ich voll cool. Aua. Was willst du von mir? Noch einen Schlüssel bekommen. Das heißt, ich kann hier reinschauen. Was ist das hier? The Tower. Ähm, okay. Oh, was ist das jetzt hier aufgegangen? Keine Ahnung. So. Wie sehen meine Werte aus? Pff, hör mal auf damit. Wohnt sich ja gar nicht. Okay. 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 Boah, wie schnell ich jetzt auf einmal schießen kann, ne? Ein Herz-Kalm. Ich kann hier auch nochmal da rein. Little Horn. Ach nein. Nicht du. Na, so farb, wenn ich's gemacht So Na, kannst du bitte sterben Little Horn Würden Sie bitte den Löffel abgehen Super Na, na, na So, hier, Speed and Shoot, Speed up Okay, von mir aus Jetzt haben wir aber immer noch einen Raum frei, ne Ich könnte mal schauen, ob hier ein Geheimgang ist Da ist sogar einer, yay Und ich kriege dafür zwei Bomben So, was haben wir hier? Nichts Besonderes, okay Aua Na, 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 komm So Jetzt schau ich noch schnell in den Aua-Raum rein Auch cool Ich frage mich, ob hier ein Geheimgang ist Nein, hier ist keiner Okay, dann nicht So, bla Dann würde ich mal schwer behaupten In die nächste Etage Ja, alles gut Jetzt schau ich mir auch mal kurz in den Aua-Raum Chill gleich Na gut, komm Was ist das? DMG und Range Up DMG Äh, ich brauche mal einen Schuss Zwei Nippt mich am Körpers Das ist ja viel zu wenig Na egal Kann man nichts ändern Au, 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 au Okay, die Münze brauche ich nicht unbedingt Ich bräuchte jetzt aber ein Herz Jetzt müssen es beziehungsweise nur ein halbes Ist jetzt der Schlindschraum offen? Ja, ist er Ja Ja So. Puh. Okay. Was haben wir denn noch alles dran gerutscht? Na, na? Ihr habt den mitgefliegen? So, geschafft. Dann geht's jetzt hier lang. Rück! Okay. Was haben wir denn hier eigentlich? The Devil. Okay. Crazy Shot. Oh nein. Okay, das muss ich mir ja drücken, wo ich jetzt öfter schießen darf. Beziehungsweise öfter auf die scheiß Taste drücken muss. Ja, 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 komm. Na, 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 na. So, Schlüssel. Okay, den haben wir. Na, 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 na. Schlüssel, okay. Dann gehen wir mal zum Boss rein. Boah. Stain. Ach, nein, du stain. Warum denn nur? Ist okay, alles gut. Ja. Ja. Jawohl. Jetzt nicht verarschen, schon wieder. Ja, ist gut. Hoppy up. Okay. Okay. Ja, ich habe mir noch einen offenen Raum, in dem ich noch nicht war. Das heißt, da möchte ich mal kurz rein klubschen. Wäre eigentlich hier nur noch ein Geheimgang? Nehmen wir es als Unterricht. Nein. Bäm, 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 bäm. 404, der Effekt not found. Das ist ein cooles Item. Aber ich kann es leider nicht holen. So, wir hätten 15 Münzen. Wir könnten jetzt mal da reinschauen, was das da drin ist. Äh, nein, dass es 15 Münzen, was es da gibt, brauche ich nicht. Eine Münze stecke ich da rein. So. Dim 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 dim. Und ab in die nächste Etage. Gut, hier machen wir dann weiter im nächsten Video. Also bis dahin. Ciao, ciao.